Was geht Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen One-Take, also ein kleines Update-Ding. Ich hatte euch ja mal in der Vergangenheit gesagt, dass ich öfter versuchen möchte, euch über gewisse Themen auf dem Laufenden zu halten. Und heute geht es um ein Thema, das ja gut, schon etwas länger im Raum stand und auch durch freundliche Unterstützung der Officer auf dem Discord-Server endlich durchgeführt wurde. Und da nochmal vielen, vielen lieben Dank an die Lena, die mich da nochmal darauf hingewiesen hat. Wir hatten schon in der Vergangenheit das Thema und zwar, wir haben verdammt viele Leichen auf dem Discord-Server. Ja, seitdem der besteht, schon seit, ich weiß nicht, wie lange es den schon gibt, haben wir doch sehr viele Leute auf dem Server gesammelt. Wir waren, ich glaube, bei 460 Leuten, so grob oder 480, 450, keine Ahnung, auf jeden Fall waren es viele Leute. Und wir haben halt gemerkt, ja gut, der Server wird halt entsprechend nicht so aktiv genutzt wie jetzt andere Server. Wobei auch da viele Leute drauf sind, immer dieselben 20, 30 Leute schreiben. Also, die einfache Konsequenz, die wir daraus gezogen haben, ist, wir wollen ein bisschen ausmisten. Und ausmisten hieß in dem Fall, Leute, die eben nicht aktiv sind, die werden den Server sowieso nicht nutzen. Das heißt, die können wir auf gut Deutsch erstmal rausschmeißen und sollten sie dann merken, oh scheiße, ich war ja auf dem Server vom Maxi mit drauf, habe ich gar nicht mehr daran gedacht. Spätestens jetzt, wenn ihr euer Discord öffnet und merkt, oh scheiße, da fehlt einer, das war meiner. Und das nehme ich auch sehr gerne in Kauf, dass Leute zum Nachgang sagen, ja so ein Arschloch, hat er mich von seinem Server gekickt. Ihr habt immer die Möglichkeit, wiederzukommen. Das ist nicht das Problem, ich wollte nur dadurch vermitteln, ihr wart mal da, ihr wart mal aktiv. Und gefühlt waren teilweise Leute bestimmt ein Jahr, eineinhalb Jahre nicht mehr vertreten. Keine Kommentare, keine Posts, keine Videos, kein gar nichts. Man hat nichts mehr davon gesehen. Und nachdem wir jetzt auch unseren Content ein bisschen angepasst haben, und ja, Hand aufs Herz, momentan läuft halt mehr Dragon Ball, weil es mir persönlich viel mehr Spaß macht als das ganze Pokémon-Thema. Weil das gefühlt immer dasselbe Ausgelutschte ist. Die Produkte sind im Moment jetzt nicht sonderlich geil. Das Schönste, was kommen wird in nächster Zeit, ist das neue Schild- und Schwer-Set. Da werden wir auch wieder aktiver einsteigen, das ist gar keine Frage. Aber im Moment ist es halt nicht so prickelnd. Und alte Produkte zu öffnen, bloß um Videos zu machen, für Karten, die ich nicht haben will. Freunde, da spare ich mir ehrlich gesagt die 30 bis 50 Euro für ein anderes Thema und für das nächste größere Opening oder so. Da bitte ich nochmal um Verständnis drum. Es wird weiterhin Pokémon geben. Also gar keine Sorge. Ihr seht, es gibt immer noch bei mir sehr viel Pokémon-Stuff hier irgendwo vertreten. Pokémon ist nicht vom Tisch. Ich will die Karten auch weiterhin sammeln, nur sind die Openings im Moment eher ein bisschen mau anzusiedeln. Voll okay. Was haben wir also gemacht? Kommen wir zum Punkt des Videos. Wir haben Leute gekickt. Und wie ist das vonstatten gegangen, damit ihr es vielleicht nachvollziehen könnt, warum ihr nicht mehr auf dem Server seid? Wir haben am Samstag eine Nachricht geschrieben. Sinngemäß. Freunde, wir wollen den Server ein bisschen aufräumen. Und dazu werden wir in ein paar Schritten das ganze Thema auch durchziehen. Erster Schritt ist, wir wollen sehen, wer ist aktiv. Wer ist überhaupt da? Wer bekommt diese Nachricht und liest sie? Das ist das Einfachste von der Welt. Wenn man eine Nachricht bekommt und nicht antwortet, heißt das für mich kein Interesse. Und das hat dazu geführt, dass wir einen extra Kanal eröffnet haben mit Ich will bleiben. Da konnten die Leute halt sich melden und sagen, hey, jeho, was geht ab? Und okay, alles ganz tutti, ganz easy. Einige haben auch in die Chillout Lounge geschrieben, haben wir genauso registriert. Haben jedem eine gesonderte Rolle gegeben. Und zwar die Rolle echter Supporter. Und echter Supporter heißt, dass man unabhängig davon, ob es sich jetzt um Pokémon handelt, um One Piece, um Inuyasha, um was auch immer. Auch wenn wir Spiele zocken, es geht darum, dass ein echter Supporter einfach da ist und Bock hat, mit uns abzuhängen. Sich die Videos mit anschaut, Kommentare gibt, Feedback gibt, einfach im Voice mal am Start ist. Und einfach dem Ganzen ein bisschen, ja, eine Chance auch gibt. Weil Wandel ist immer schwer und jeder kann sich auf dem alt ausgelutschten Thema ausruhen und sich wundern nach drei Jahren, dass es ihm halt langweilig ist. So wie ich. Und ich habe halt dann gesagt, nö, will ich nicht. Ich will was Neues machen. Etwas, was mir persönlich mehr Spaß macht im Moment. Und deswegen sind wir auch an der Stelle, wo wir jetzt sind. Und ich bin auch echt froh drum. Mir war es klar, dass ich, von Anfang an war es mir klar, dass ich Leute verlieren werde dadurch, dass die Leute eher auf die Poké-Metropole gehen. Also viele Grüße auch auf jeden Fall an die Kollegen bei der Poké-Metropole. Mir wurde auch heute fleißig geholfen vom Morpheus beim Aufräumen. Vielen Dank nochmal dafür. Da werdet ihr immer 100% Pokémon haben. Deswegen auch hier von mir auch nochmal gerne die Empfehlung, falls ihr 100% Pokémon sehen wollt. Ja, dann schaut auf die Poké-Metropole. Findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Joint im Server, falls ihr es nicht schon gemacht habt. Da könnt ihr euch auf jeden Fall mit auslassen, was das Thema betrifft. Die werden auch immer noch die Spiele befassen. Es gibt einen extra Flex-Kanal. Ja, wir können mal kurz drauf schauen, weil why not. Hier seht ihr mal die Struktur. Die haben sehr, sehr viele Text-Kanäle für verschiedenste Themen. Wird eben mit unter vom Pokémon-Bit, vom Morpheus verwaltet, von der Capuriki und vom Jonas. Das sind hier die Inselwächter. Und es gibt wirklich viele Text-Kanäle. Und einer der schönsten ist natürlich sowas wie, wo ist denn der Flex-Kanal? Da gab es hier irgendwo einen Flex-Kanal. Ja. Shield and Sword, Tausch, Flex. Generell. Also hier könnt ihr echt auf jeden Fall Spaß haben. Empfehle ich also gerne. Grüße gehen also raus an die Kollegen. Bei mir wird es trotzdem auch Pokémon geben. Also ihr werdet hier bei mir zum Unterschied mehrere verschiedene Themen sehen. Und das ist das, was mir persönlich halt einfach mehr Spaß macht. Weil nur Pokémon habe ich die letzten fünf Jahre gemacht. Ja, und ich habe mein Fünfjähriges auf YouTube nicht gefeiert. Ja, für den Fall, dass es Leute wussten oder sich dachten und sich jetzt im Nachgang fragen, warum hat das nicht gemacht. Ja, heute ist Real Talk Time. Scheiß drauf. Let it rip einfach. Ich habe einfach gemerkt, über die letzte Zeit, nachdem ich auch meine Pause gemacht habe, dass viele, viele Leute einfach sofort abspringen und das Thema generell einfach an Interesse verliert und auch das Thema Adventskalender. Wir haben einen so geilen Adventskalender geschenkt bekommen, vom Philipp, hauptsächlich initiiert, aber es war natürlich auch Support dabei von zum Beispiel der Lena, von Marvin und so. Es kamen halt Kleinigkeiten immer mit dazu und man hat einfach das Interesse gemerkt und von der Community kam halt gefühlt nicht viel. Wir hatten eigentlich immer dieselben fünf Leute, die gesagt haben, ey, schön, wieder ein Adventskalender-Video und ein paar Leute haben auf Instagram geschrieben und hier auf Discord halt private Nachrichten und unter YouTube, ja klar, ein paar Comments oder so. Aber insgesamt war das doch ein bisschen mau, muss man ehrlich zugeben. Und dann dachte ich mir auch schon, okay, es ist genau das, was ich mir gedacht habe. Das ist okay, ich nehme das auch so an. Ich habe mich darauf eingestellt, dass wir Leute verlieren werden und dass nur noch ein Kern übrig bleiben wird, der auch jetzt auf Discord noch ist. Solltet ihr eben jetzt euch selber so an den Kopf fassen und sagen, scheiße, ich habe jetzt die Session verpasst, dass man sich jetzt hier irgendwo hätte melden müssen. Ihr könnt immer wieder auf den Server joinen. Meinen Link findet ihr bei jedem Video immer in der Videobeschreibung. Kommt also gerne wieder drauf. Aber ich muss halt natürlich irgendwann mal einen Cut machen. Und wir hatten, wie gesagt, 450 Leute oder was, haben das jetzt auf 50 runter reduziert. Ja, und damit ihr das auch glaubt, weil viele sagen, hat er nicht, hat er nicht. Ja, viel Spaß damit. Wir haben hier sehr, sehr viele Leute gekickt. Und schweren Herzens habe ich auch Leute gekickt, die ich schon sehr lange kenne, die aber halt einfach auch nicht aktiv waren und auch nicht reagiert haben, auf diese Nachricht, die ich geschickt habe. Wie zum Beispiel der Patrick. Patrick habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen, hat es aber gut immer mal wieder supportet und wir haben viel geschrieben auch. Aber auch eher, ich glaube, mehr habe ich jetzt bei, nee, Patrick Wunderlich war das. Das war nicht der Patrick, ein anderer Patrick, glaube ich. Habe ich eher auf anderen Servern oder auf anderen YouTube-Kanälen gesehen, was vollkommen okay ist, natürlich. Ich freue mich ja, solange ihr gut unterhalten werdet. Aber irgendwo muss ich halt sagen, nö, ist nicht mehr. Der Lars war auch früher sehr aktiv, hat dann hauptsächlich Karten verkauft, alles vollkommen in Ordnung. Aber wer halt nicht da ist, der ist halt einfach nicht da. Und falls ihr jetzt doch im Nachgang sagen solltet, ich will wieder, schaut wieder gesagt runter, kommt gerne wieder zurück. Swampy. Swampy hat sich jetzt in der letzten Zeit zum Beispiel auch für das Thema Dragon Ball mega interessiert, hat aber nicht reagiert. Und wie gesagt, das zeigt einfach, dass die Leute halt nicht auf den Server schauen. Und wenn ich alle markiere, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung. Und es waren jetzt irgendwie drei Tage oder was. Und in drei Tagen konnte man eigentlich schon irgendwo erwarten, dass sich ein paar Leute melden. Jetzt werden viele sagen, ja, warum hast du nicht eine Woche draus gemacht? Ja, das groß anzukündigen, war ja nicht Sinn der ganzen Sache. Ich hätte natürlich ein YouTube-Video draus machen können und sagen können, hey Leute, in nächster Runde werde ich jetzt ein paar Leute kicken. Aber das heißt ja nicht, dass ihr normalerweise auf den Server schaut und ich euch erst über ein Video darauf hinweisen muss, dass da was abgeht. Deswegen, es tut mir echt leid, dass viele Leute jetzt geflogen sind und nehmt es nicht übel, das ist nicht persönlich gemeint. Ja, ich freue mich, wenn ihr wieder zurückkommt. Aber irgendwo mussten wir einfach sagen, ist halt nicht mehr. Wir hatten sowieso teilweise Leute mit drei oder vier Accounts. Das habe ich jetzt so im Nachgang gesehen. Dann passt das, dann sind die auch endlich weg. Wir hatten Leute darauf, die nur verkaufen wollten und ehrlicherweise, die sich nicht für den Server oder für den Content Creator, also in dem Fall mich oder so, interessiert haben. Das brauchen wir auch nicht. Die sind auch auf anderen Kanälen halt nicht sehr gern gesehen. Deswegen von meiner Seite auch vollkommen in Ordnung. Und ja, ihr seht es ja auch zum Beispiel, die Leni ist jetzt geflogen. Deswegen, das tut mir halt auch leid. Wobei ich mit Leni ja auch in letzter Zeit nicht mehr so häufig geschrieben hatte. Wir hatten vor, jetzt bald ein Opening Battle zu machen. Heißt Leni, sehr gerne, falls du das Video siehst und ihr denkst, Maxi, was warst du jetzt für ein Arschloch? Warum hast du das gemacht? Nicht persönlich, wie gesagt, komm gerne wieder zurück. Aber ich muss ja natürlich wissen, dass auch Interesse daran besteht. Und wenn ich mir auf den Server joinen möchte, auch vollkommen legitim. Ja, wir sind trotzdem alle noch Freunde. Wir werden uns spätestens auf der Pokémetropole wieder über den Weg laufen, wenn es dann ums Thema Pokémon geht. Und ja, hier seht ihr schon, Walfi. Sorry, ich bin irgendwie gekickt worden. Swampi, du bist der Beste. Sehr, sehr geil. Und da ist er zum Beispiel. Er ist wieder zurückgekommen. Swampi, Ehrenmann. Und so habe ich mir das halt auch vorgestellt. Die Leute, die merken, scheiße, ich wurde gekickt, werden jetzt nochmal wachgerüttelt und sagen, okay, spätestens wenn sie dieses Video jetzt hier gesehen haben, verstehen sie, warum ich es gemacht habe. Also Freunde, wie gesagt, nehmt es mir bitte nicht übel. Es war in keinster Weise irgendwie so gedacht, dass ich euch damit vergraulen möchte oder was. Aber wir wollten halt einfach ein paar Leichen aus dem Server kicken. Vielen, vielen Dank also nochmal an Lena, dass du mich nochmal daran erinnert hast. Sie wollte mit unterstützen. Aber ich habe ihr gesagt, macht ihr keinen Stress. Sie war heute Abend noch unterwegs. Sie wird das Video, denke ich, jetzt gleich sehen. Beziehungsweise sehen, dass der Server aufgeräumt ist. Und wir jetzt stolze 50 Leute noch auf dem Server haben. Und tatsächlich bin ich damit froh. Ich brauche keine, und das werde ich jetzt in dem Nachgang noch erklären, ich brauche keine 500 Leute auf meinem Server. Genauso wenig, wie ich, keine Ahnung, 5000 Abonnenten brauche, wenn ich weiß, dass ich nur 100 Leute die Videos anschauen, weil die zahlen an sich. Sorry, schön und gut, wenn man damit draußen irgendwie ein bisschen prallen möchte. Ich habe 5000 Abonnenten, aber es schauen irgendwie nur 20 Leute. Dann fragt sich jeder ja, wow, für was? Auf YouTube kann ich jetzt nicht die Abonnenten löschen. Das wird vielleicht irgendwann mal passieren, wenn wieder eine Reinigungsaktion von YouTube selber läuft. Aber das ist sowieso zweitrangig. Da schauen wir, was passiert auf YouTube. Wir werden weiterhin unsere Videos machen. Freut euch also da auch auf weitere Featured-Videos. Wir haben mit SaneRoseTV wieder was gemacht zum Thema Dokkan-Battle. Es werden wieder ein paar mehr Livestreams kommen. Ich wollte eigentlich heute einen machen, aber durch die Reinigungsaktion, Reinigungsaktion, durch die Säuberung bleibt mir halt leider nicht mehr so viel Zeit, weil ich muss noch dann später Abendessen vorbereiten. Sonst wird es ein bisschen knackig vielleicht, aber freut euch drauf, morgen am Dienstag werde ich am Abend wieder einen Dokkan-Livestream machen oder ein Legends-Opening. Da haben wir wieder sehr viele Tickets. Für das Thema Pokémon werde ich mich nochmal ein bisschen schlau machen, was aktuell so interessant ist. Ich habe halt nicht so viele tolle Karten jetzt gesehen. Preislich vor allem interessant, als dass ich sie kaufen wollen würde oder andersrum irgendwelche Produkte, die mich gerade interessieren. Falls aber ihr Bock habt, trotzdem nochmal hier mit dem Boy ein Pokémon-Opening zu machen, jederzeit gerne, Freunde. Kommt gerne auf mich zu. Ich werde nochmal Leni und Tywald anschreiben. Die hatten sich auch entsprechend da gemeldet in den letzten Wochen und wollten wieder was zusammen machen. Ich freue mich drauf. Wenn ihr Bock drauf habt, sind wir da auf jeden Fall vertreten, was das Thema Pokémon betrifft. Und gut, Real Talk. Ich denke, das war mal wieder an der Zeit und ich versuche das auch, wenn es euch interessiert, öfter zu machen. Wir haben das Thema Podcasts ja angesprochen. Wird es dann auch zum Thema Dragon Ball geben oder zu neuen Schild- und Schwert- Erweiterung des TCG, dass wir so die ersten Eindrücke miteinander teilen, welche Karten wir entsprechend gut finden. Dann werden wir vielleicht diese klassische Set-Review, wie ihr sie kennt, einen Tick weit ablösen können. Oder wir machen halt so eine kombinierte Aktion, dass ich es im TCG-O zeige und wir halt zwei, drei Leute mit einladen, die entsprechend auch ihren Kommentar zu den Karten abgeben können. Also da auch gerne lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr als nächstes sehen wollt, welche Themen euch interessieren. Und dann werden wir natürlich versuchen, hier alles Mögliche zu machen, damit ihr euch rundum und der Halt den fühlt. Ja, so ist es nicht. Also Features jederzeit gerne und gut. Ich denke, genug gebabbelt für den One-Tacker reicht es im Moment. Ihr wisst ungefähr, was jetzt passiert ist, warum Leute gekickt wurden, warum Leute jetzt auch hoffentlich wieder zurückkommen werden. Das werde ich dann entsprechend beurteilen können, wenn es soweit ist. Aber ansonsten, Freunde, ich wünsche euch eine schöne Restwoche. Ja, Montag natürlich harte Nachricht. Montag gleich mal eine Fist gekriegt, vom Server gekickt. Aber es ist besser so, tatsächlich. Es ist besser so. Jetzt kann es auf einer vernünftigen Basis wieder anwachsen. Dann wissen wir, dass die Leute da sind, weil sie da sein wollen und nicht aus alten Zeiten, weil, oh ja, ich hatte mal einen Discord-Server und einen Discord-Account und benutze ich eh nicht mehr. Deswegen alles gut. Freunde, vielen, vielen Dank für euer Verständnis. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und wie gesagt, eure Meinung dazu. Lasst es immer in den Kommentaren stehen. Checkt auch gerne in der Videobeschreibung nochmal den Discord-Server aus. Da könnt ihr gerne wieder joinen und einfach mal Hallo sagen. Was der Swampy vorhin gemacht hat. Fand ich eigentlich jetzt ganz treffend, weil ich ihn ja vorhin erwähnt hatte. Also so gesehen, Swampy, welcome back to the family. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Freunde. Ciao, ciao.